Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play 7 Days to Die mit der alles beliebten Pappnase. Hier ist er wieder. Hallo! Oh, ich hab die ganze Zeit Tim angeguckt. Ja, dein Tim von 3 zu 1 Spiele. Hallo! Und hier ist der lockenköpfige Chris Play. Gemüse im Gesicht. Halleluja! Aber ein sehr sehr stylischer moderner Bar, ne? Ja, als Yeti früher war man immer schon modern so. Ja, was brauchen wir denn heute? Heute müssen wir den, ich würde sagen, wir müssen den Ambus fertig kriegen, um vor allen Dingen Wurst zu essen. Also ich muss jetzt erstmal meinen Schlafsack vom Dach holen. Wieso der da liegt, weiß ich nicht. Aber ansonsten weiß ich ja zum Beispiel, dass hier direkt in der Nähe drei Gebäude sind. Drei Gebäude, wo kommt man da Clay of Lump her? Ne, das weiß ich nicht. Ich wär mal für den Kochtopf. Ansehen und sowas, oder besser Bächen hier. Den können wir mal herstellen, wenn wir dann irgendwann mal, warte mal, Sehen Bächen, genau. Jawohl, Alter. Wir müssen ein bisschen erkunden, was wir um uns herum noch haben. Ja, müssen wir, wir könnten mal. Ich würde jetzt genau hinter uns laufen, wo noch so viel Grau ist. Da, also rechts habe ich auch. Wo ist die rote Fahne, da lang. Attacke, ja genau. Aber eine Sache müssen wir machen, wir müssen ein bisschen mehr zusammen bleiben. Ja. Dann habe ich viel Schimpfe in der Community bekommen, dass wir sehr unkoordiniert vorgehen. Das ist vollkommen korrekt. Außerdem befinden wir uns mittlerweile in der Alpha 13.5. Oh. Und wir reden alle durcheinander. Ey, da ist ein Haus. Wie, da ist ein Haus? Geradezu. Ich sehe da kein Haus. Achso. Ja, ich habe die Vierdistanz ziemlich hoch. Achso. Echt? Ich sehe auch noch ein Haus. Ich komme das blöde Haus hier nicht hoch. Warum kann ich eigentlich nicht rennen? Hast du ein Bein gebrochen? Genau, bei unserem Haus. Ey, ich bin nicht mehr infiziert, merke ich gerade. Warum bist du denn noch am Haus? Weil ich meinen Rucksack auf dem Dach bin. Ah, weil ich gezielt habe. Jetzt. Oh, die Grafik ist aber schick, ey. Hier rennt ein dicker Zombie rum. Ist ein Weg. An Wege sind oft Häuser. Da ist noch eins. Geradezu einfach laufen. Oh, der Zombie. Schnell weg. Ja. Wir brauchen den. Oh, ihr leckt aber jetzt. Ja, gerade habe ich das auch beobachtet. Das war ein bisschen durch die Gegend. Hä? Ein Zeltlager. Ohne Zombies. Alles mal ein Loot. Oh, ich glaube es ist schon leer alles. Da waren wir schon. Hundefutter habe ich gefunden. Ah, ich brauche den Stoff. Gib mir den Stoff. Hier ist ein Kochbord. Hier ist ein Kochbord. Echt Kochbord. Yeah. Da brauchen wir nur noch was zu essen. Das Fleisch hatten wir ja noch, oder? Ja, das wird mittlerweile vergammelt. Mit Sicherheit. Ach, das geht noch. Chris, wo hast du denn ein Haus gesehen, ey? Warte. Ich werde ein Zombie knurren. Ich habe wieder eine Wundenkeule, hier so eine lila eine Keule. Brauche jemand eine blaue. Blaue? Ich könnte gleich eine gebrauchen. Ich habe eine Level 8 Keule in Grau, glaube ich. Ach, ich weiß nicht jetzt wo mein Rucksack ist. Ich komme zu euch. Ja. Kommt zu euch. Dann bin ich natürlich raus, wo das Haus war. Warte mal. Am besten wir gehen mal zu dem Berg. Da kommt der ein Zombie. Ich habe wieder gekrochen. Hau mal auf die Rügel. Aua! Ich habe mich sofort getroffen. Einfach durch. Durch. Ja, von wegen durch. 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 Jetzt hat mein Bein gebrochen eine Wunde. Oh, das ist ein Lümmel. Was macht der Ehren da? Hast du gesehen? Er zuckt noch. Gehen wir mal zu dem Berg. Ja. Zu dem Berg. Ich kann nicht mehr laufen. Was mache ich meinen? Auch später. Oh. Das ist aber alles ein bisschen. Am Berg können wir Glück haben. Vielleicht. Wir haben ja mal so eine offene Front. Vielleicht sehen wir da Leben. Aber das ist auch kein Wasser, ne? Leben ist schwer. Wir haben nur Keulen. Müssen es mal. Also ist ja nicht schwer zu bauen. So ein Ding. So eine Schaufe. Der Stein sieht voll lustig aus, so. Dann machen wir mal eine Schaufe. Ah, ich drücke immer I, Mann. Hey, frag mich doch mal, wo ich gerade das Haus gesehen habe. Äh, die Schaufel. Schaufel. Heißt die Schaufel. Da ist nur eine Schaufel. Da wird es den Hirsch schnappen. Eine Schaufel. Habe ich denn noch einen Bogen? Ich baue eine Schaufel und buddel einfach mal. Ich glaube, wenn man tief genug buddelt, findet man auch was, ne? Wenn man Glück hat, oder? Aber da musst du richtig Glück haben. Da musst du richtig Schlag haben. Ja, weil, wie sagen wir mal, war nicht auf den Koordinaten 0-0 immer eine große Schaufel. In der Stadt. Nicht immer, oder? Gibt es da Kleer, Flump? Da ist ein Hirsch. Ich sehe Futter. Unterhalb vom Berg. Seid ihr schon alle über den Berg gepest? Ne, ich bin auch hier. Den Hirsch, den meinte ich ja da hinten den. Sollen wir mal eine Runde buddeln einfach? Ne, ich glaube nicht, dass es was bringt. Was ist das denn hier? Ist das eine normale Erde, oder? Äh, das kann durchaus was bringen. Aha. Ey, hier, hier. Das ist glaube ich Clay. Wartet mal. Hier, diese hellen Flecken auf dem Boden. Mann, ich such immer auf die. Ja. Ich auch. Diese hellen Sachen sind Clay. Ja, Sekunde. Warte, ich hole die Schaufel raus. Okay. Gehen sie mal beiseite. Da. Hier ist alles voller Clay. Bauerbeiterhelm. Füße. So, wann habe ich gekriegt? Ja, mal kurz und keinen Cut machen, weil... Ich war noch mal ein Runders. Okay. Das habe ich nicht. So. Da. Ich kriege natürlich auch leise Clay. Das, was gerade keinen Sinn gemacht hätte. Eine Steinschaufel zu bauen? Habe ich schon. Hast du? Okay. Ja, das, was eben noch keinen Sinn gemacht hätte, entfuckt sich jetzt als Goldgrube. Das Clay? Wo sind ja wohl erschöpft. Wo habe ich? Ich habe schon 38. Diese sind fertig. Feierabend immer. So. Das war alles. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Habt ihr jetzt Clay gefunden? Ja. Überall. 38 Clay habe ich in der Tasche. Guck mal angezogen. Ja. Eigentlich schon. Was vergessen. Ja. Ich würde noch ein bisschen vor mich hin. Noch ein bisschen Clay und Dreck. Und was wir so mitnehmen können. Da brauchen wir noch mehr. Mit Sicherheit brauchen wir noch mehr. Für irgendwelche anderen Sachen. Deswegen buddel ich fleißig vor mich hin. Und ein paar Steinchen für die. Ja, dann klopfen wir einer Steine. Oh, Level ab. Mach hin. Ja. Ich habe auch Loop of Clay. Echt? Hier habe ich bestimmt schon überladen. Der Loop of Clay erfolgt heute. Ja. Den haben wir schon mal. Da rennt der Hirsch. Der Hirsch rennt weg. Wer hat den erschrocken? Hier rennt. Dann fällt das ein Stein. Ein über Stein. Ähm. Okay. Clay wird auch angezeigt auf der Karte anscheinend. What? Ja. Dunkelbraun. Dunkelbraun. Ach. Dann haben wir hier massig Clay um uns drum herum. So. Jetzt habe ich auch endlich mal eine Schaufel. Soll ich den Hirsch in eure Richtung jagen? Ich umzingle ihn und schieße einen Pfeil in den Arsch. Aber wir brauchen ganz, ganz dringend Eisenwerkzeuge, ne? Das ist ja ganz grausam. Das sind Steinzeugs. Ja, das kriegen wir dann. Das kriegen wir dann. Das kriegen wir. Wenn wir nach Hause gehen, kriegen wir das. Äh. Warte, du Hirsch. Warte, warte. Warte, du Hirsch. Undetected. Undetected. Undetected war gut, ne? Der macht einen schweren Schaden. Ach, dumme Sau. Jetzt rennt er weg. Hm. Schön am Graben hier. So. Das war halt mit unserem Sonntagsbraten. Er ist davon gehöppelt. Haha. Der läuft mir richtig lustig, ne? Ich laufe sehr schlecht. Wie kann man denn nochmal? Ich habe, glaube ich, in meiner Kiste was gehabt. Ach so. Du gehabt, gibt der Kaiser nichts mehr, ne? Das ist ja alles weg, was wir mal hatten. So, den mache ich noch hier. Dann muss es reichen. Hat einer zufällig so einen Weinbricht-Teil dabei? Ähm, das kann ich eigentlich machen. Wie heißt das? Im Splint heißt das. Splint. In, äh... SPL? SPL? SPL. INT. INT. Da habe ich. Äh, ich brauche nur Stoff. Stoff habe ich nur keinen, aber... Ich brauche Stoff. Oh, den guten Stoff, Mann. Hier steht er noch rum. Zack. Hebe. Ich hab, Kotte, ne? Wächst die einfach. Oh. Boah. Ja, ist heute etwas LEGO. Beim letzten Mal war es besser. Komisch! Also... Ja, es kann sein, dass, äh, server... server oder dass wir irgendwie kaputt gepatcht haben dass er immer so eine werbung machen es ist nitrado er so glücklich würde ich ein vogelnest finden das ist mir jetzt keine ruhe wo ich dieses blöde haus gesehen haben in die aufnahme dann wieder angucke beim schneiden dann denke ich mir wieder wie habe ich da in hose kann ich bin verbunden wo bist du auf die karte ich bin extra nicht so weit weg aber ich habe es ist zwar nicht das was ich gesehen habe aber es ist auch ein haus wer leckt denn wohin wer ist denn wer ist der grüne das kann ich auf ihn nachgucken blaues display dahinten da lang geht es okay ich habe hier rum mit meiner stein raufel das ist auf jeden fall eine ruine okay ich schaue nicht die steinstoffe hat eine große reichwelt als melee waffe das kann ich mir verraten hier liegt was rum ist waren wie kühle ich mich denn ab den schatten stellen ventilator ich bin im schatten da hinten ist das haus also eigentlich wie trinken wir da rennt schon das haben wir hinterher und achtung den chris rente zum hinterher das leidet hier lang er hat gut ankassiert noch die keule aber er schreit noch auch toll der hat dabei zu vermeiden die kohle rum habe gerade schon abgebaut zwei stück zumindest aber sehr guter brennstoff vogelnest eine schaufel war schon wieder kaputt kohle in der europäule werden von hirn fädeln sauber da kommt noch einer ich höre aus ich höre auch an aber ich habe so quasi überhaupt kein fall schweig erneut um das hier ist gefährlich glaube in dem gebiet da gibt es die netten hunde und ein hundes das rufen im spiel ja das kann ich tatsächlich stadtgebiet weil wo sie ich sehe immer noch kein haus kommt doch in unsere richtung mache ich doch was findet man wohl ist doch da richtig kacke nicht aber die performance ist besser geworden habe ich das jetzt weggeschmissen dass ich werfe mir kacke um mich nichts drin ich habe durst mir ist immer noch warm ich höre geräusche neben mir über mir es leidet hier ganz schön lang wo bin ich hier oben wird schon geklaut ich habe hier so ein kot ich den weg gut wird für gut jemand von euch wasser zufällig fehler gut nein nein ich bin hier oben ich habe oben so eine sonne wie sagt man so eine leiste hier so eine sache die skitaste unter ist ja ich habe schon ist schon weg warum kam ich konnte ich glaube ich glaube ich noch in die schüssel zu laufen das viele anderen spielen auch ich habe nichts zu sitzen ich brauche was zu süpeln glaube ich das kühlt ein bisschen ab aber ich habe nichts zu süpeln eigentlich schon ja ich habe auch nichts und ich habe ja morki worte habe ich diesen klo da ist noch ein haus sie müssten zurück und abkochen ist empty normal toilet da kann man sein wasser nicht mehr rein auffüllen ja kommt ihr mit oder ja klar würde ja wasser abkochen oder wollt ihr da kommt hier rüber ersaufen wo seid ihr denn ich sehe auch kein verdursten nicht also das plan den blauen pfeil folgen da ist er doch guck mal oben am kompass ja warte mal ich mach das auch mal leeres glas ich als der profis auch nichts ist ja schlechte beute hat sich gelohnt ein ei habe ich zwei eier ich habe zwei eier oh man irgendwas zu essen ist ja schon mal was ich will nach hause du nutzt die tür schön da ist noch eine ruine wohin rennt er denn der hängt am baum oder brennen also ich halte es für blödsinn ich immer weiter zu laufen da wir uns noch nicht mit dem grund versorgen können mit dem wenn wir jetzt durch die gegend rennen immer weiter zurück finden ein ein toll ich habe ja viel eher zu drücken warum das nur dreckheit bin der einzige fleißige hier aber ich gebe dir aber recht natürlich habe ich recht natürlich ich habe hier so ein wie heißt das reparatur ding ich gehe auch zurück kommen wir gehen zurück da ein haus habe ich also eine ruine ist ja noch die grüße immer nur an der heißen stadt b jungen ist aus sehr gefälligst und so ein solcher stelle herum irgendwie stimmt aber nicht noch ein eigener haus ich komme mit machen ja ist nicht gesehen ich gerade gar nicht auf der karte da musst du mich anhaken hh laufeinfall richtung haus dann willst du mich finden zombies hier ist noch ein haus natürlich mann wir sind zwei zombies mal jetzt haben sie nicht beschränkt habe schon viel kochpöte es läuft hier rum oder hingefallen warte ich helfe hoch so nein was hat die mutter dabei gab fett jetzt ich glaube errichtung heimat stehe ich wieder auf hast du nicht so schnell gefunden und ein zombie stop jetzt aber da ist was also ich laufe jetzt richtung bett nämlich ein stein das ist eine gute idee für mich auch ungenutztes toilette ja was habe ich gefunden in der toilette wasser ein schwein in der toilette warte 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 lass uns was dann wird es nicht ich höre einen dauernd schießen aber ich sehe keinen menschen mehr das ist ja pappnase schießt ach so durch der ist noch am arsch der welt bestimmt ich treffe nicht ich lauf dann mal nur zur uhrzeit wir haben schon 16 uhr ujo das noch einer vor allem da hinten das ist noch einer vor allem los hier sind ein paar ja ich leide doch mal voll heiß du hast als einziger klamotten an alle hin jetzt trocken solchen damit noch was geht er bei euch noch jetzt liegt da wenn ihr vom weg abgekommen erst hier kommt noch einer vorsicht aber nicht mal dabei findet ihr nicht mehr den weg nach hause oder was steht um auf dem app das bett ja ich bin doch ein bisschen weg dahin ich bin schon da so war wieder rumknorpen fucking zum reisen mega waren weil ich ja jetzt nach hause die jacke ausgezogen jetzt käuble und ruf wir können schon looten auch ein bisschen fett bei gehabt sehr gut warum randelieren die bohnen zum haus rum das geht die jacke aus der kühle ja du warst der einzige glaube ich da angezogen ist ja das ist ein simulator oder was so jetzt tue ich mal den den clay da rein happy und holz weg von zu hause haben wir ja nein ich will das doch wie ging das noch mit rechtsklick alles klar rechtsklick trotz seinem glück allein muss ich mal gucken wie ist mein rucksack da jetzt rauskriegel gleich turn on das ist wieder nacht fleißig natürlich wie fleißig aus faulen lumpen gesendet ist klein ich freue ich habe richtig gut wollte ich sagen hallo nein möchte noch was reinpacken ne 90 an will ich guck jetzt mal und den könnte ich schon herstellen würde ich sagen oder was denn ich kann ihn melden meld mal schon lange folgen vielleicht sollten wir sollten sich die anderen darauf konzentrieren denn ich glaube es gibt einige von uns die gerade am verlusten kann das sein ja das kann mit sich hat sein ja diese möglichkeit besteht wir haben doch ja haben wir hier drin das ist ein minuten 20 fertig habe ich schon reingetan hier im kühlschrank nicht hat schon bis das ja gar nicht nein was ich mache den potter rein du bist du es warte ein von drei noch mal das ist das system hier habe ich mir das volk gibt es ja gar nicht warum bin ich nackig ihr habt mich bestimmt entkleidet die hunde wie ich in der wehrlose in der ecke gelegen habe man kann am klo kein wasser mehr das finde ich ein bisschen blöd sehr lustig ist hier noch irgendwas offen ich packe immer noch fenster sind noch offen ich packe immer noch lump of clay und so rein war ja so viel brauchen wir nicht weiß ich auch kann auch brennen erstmal sollten wir uns erst mal gucken ich weiß nicht ob der ambus siehst du den ambus da drinnen oder ist der ambus ja den sehe ich und wie lange kann man brauchen noch ach so wo siehst du den ja sehen sie dann lassen sie mich mal gehen sie mal weg sie 16 sekunden und dann würde ich sagen ist die folge gleich schon vorbei oder 20 minuten haben wir ja auch den buckel schon wieder geschafft hatte er counter läuft sieben sechs fünf so ungefähr hatte doch ist wirklich so 421 zündung und ging da wir haben nehmen wir haben die stoppen direkt oben rein jetzt und jetzt können wir warte mal ex das kann ich schon da machen kann ich eine axt im schon wieder aufgaben ist ich hab's gewusst 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 wir haben weiße äh 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 nägel kann ich herstellen wir können iron dinge herstellen ja wir können er zuerst möchte herstellen so wenn wir erstmal ja gut gucken uns an beim nächsten mal ja würde ich sagen okay in dem sinne bis zum nächsten mal habe die erde tschüss